So, hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Daily Ranking, wieder im Rocket League und wir versuchen es nochmal im Double. Ich habe es nämlich noch ein bisschen alleine gespielt, und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Okay, dann hätte ich nicht nehmen müssen, das war Quatsch. Komm schon, spielen rein. Oh fuck. Huh, das war nur ein bisschen knapp. Ah, da wurde mein Mate zerstört. Ach, verdammt. Komm, mach ihn. Nice. Ich muss mich leider ein bisschen mehr beim Double konzentrieren, weil es hier natürlich deutlich schneller zur Sache geht und deutlich mehr Action auch auf mir lastet. Und es war richtig nice gespielt von ihm, dass er den dann dort reingezimmert hat, unter die Ecke. Lol, man safe. Ah, verdammt. Schiefgerutscht. Also, bin nicht direkt nicht dabei geblieben, sondern leicht schiefgekommen. Das war dann ungünstig. Nice, pass. Den hat er richtig schön vorgelegt. Richtig schön zum Reinmachen. Den da so langsam liegen zu lassen. Wow. Sick. Ach, verdammt. Ich hab keinen Boost. Er hat den Boost hier genommen. Das ist schlecht. Oh, er nimmt mich alles gar nicht. Oh nein. Das war aber nicht meiner. Das war ausnahmsweise seiner. Aber ich hab halt dort rausgequetscht. Und dann ist er hinterher geboostet, anstatt zum Tor zu fahren. Oh, da konnte Gegner schön freischießen. Ich hab nicht realisiert, dass er neben mir stand gerade. Das hab ich erst gemerkt. Jetzt im Replay gerade. Ach, verdammt. Okay, wollte ich eigentlich dort in die Ecke rein... ...zirkeln noch. Warte mal, ich bin zu. Und ich hab grad keine Boosts. Schlecht. Ach, Gott. Sehr schön. Den hat er mitgenommen. Schlecht, der Condor ist Todes. Er springt halt echt von der Seite nach gegen mich, damit ich nicht gerade fliegen kann. Und er hat ihn halt echt dort bitter von oben reingehauen. Aber dort... ...springt der Typ halt echt nach über mich. Warte, wollte jetzt einen Ball. Meine Fresse. Ich bin nicht sicher, ob das kalkuliert war von ihm oder nicht. Ach, komm. Schieß doch auf mich. Und nicht auf... Fangen wir vorbei immer. Fahr doch hinterher! Ach, komm. Jetzt bleibt die Eiskarte hinten stehen. Jetzt ist er so super defensiv wieder. Puh, das geht ihm zweier meiner Meinung nach nicht. Ach, wir gehen halt echt noch weiter. Maaah, kommt noch ein zweiter und steht im Weg. Hhhhh ... Boost erwaknt! ... ... Och, komm, hat halt noch wieder den großen mitgenommen! oh bitter bitter das war lucky dass ich den darüber quetscht aber sowas von lucky und das inhalt nicht trifft wer geht nichts geschrieben wir zwei nehmen hat der katzen trottel mehr in zwei toren gewonnen ich vermute mal wir spielen heute fast nur doubles weil ich jetzt doubles und dreier gesucht habe mal sehen das liefert zumindest so dass wir gewonnen haben drei saves mal sehen wie es weiter geht so ein dreier wahrscheinlich eine runde dreier so wo geht direkt die party ab da bin ich dagegen oh gott oh gott wie fliegt denn der ball hier vor unserem tor hin und her komm ich wollte ihn gerade erwischen dass er von jeder richtung das Ding ins läuft so weiter geblockt die haben eh weiter gespielt ich bin super safe die gegner aber ich bin mit einer zweiergruppe und spiel gegen eine zweiergruppe ok oh gott hab ich das jetzt gemacht ich hoffe nicht aber das sah mir aus wie ein orange strahl der da kamen die die waren beide einfach nur an dem ball vorbei man ah das war einer von uns sehr schön von den beiden die vorher einfach vorbeigefahren sind hier rein klicken von wegen pro v von wegen pro v von wegen pro v hat der die zahl ein der 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 da muss ich nur ganz schön hinterher boosten oh shit wow wow steht halt direkt drunter und fährt dahin der lässt den so kacke abticken dass man den nicht kriegt dort das hat hier wieder einer der das durchcarriert oder was das ist auch noch nicht nur mit ihrem team sondern das ist der random der das hier macht das hat gar nicht geholfen dass sie ihn nochmal dort gekickt haben hat er hat er schön noch den ball nicht berührt mann ey ich mag diese beiden hier nicht dann spielt er über eine komplett random lobby da wollte ich den ball irgendwie noch durchdrücken hat aber nicht funktioniert ach er ist zurückgelostet hab ich nicht rein gekriegt hör doch auf den ball hinterher zu fahren ach mann ey er hat wirklich den ball hinterher guck mal wieder mal wieder mal wieder mal wieder hab ich den booster nicht aufgenommen hätte liegen müssen jetzt muss doch jetzt muss doch oh gott oh fuck alter ich gehe davon aus dass irgendjemand den scheiß ball hittet und er fährt den ball hinterher guckt wieder zu und boostet ihn nicht rein alter diese beiden randoms also für mich sind es randoms aber diese beiden teammates die haben ja ja danke für dieses team mindestens einer von euch hat hier oben nämlich nichts verloren wow man ey so wir sind wieder zurück spiel nummer drei und wir sind in den doubles zurück also wieder konzentration gut dass mein controller kaputt geht mein anschlag anscheinend oh fuck oh wo bist denn du hingefahren Junge viel zu weit weg oh gott viel zu weit weg viel zu weit weg warum bist du immer so weit hinten ein schuss wäre mal schön wenn der so wenn alle bei den gegner herum geflogen sind da wieder deiner jawoll ah fuck den hab ich mir mit falsch angeschätzt sogar da kann ich mir nicht reinmachen ja das ist ja mein controller macht den abgang ey ach das nervt mich jetzt gehts wieder irgendwas fliegt da drin rum was grad meinen trigger blockiert hat keine ahnung wie bei den nette verlängerung Ach, verdammt. Wuh. Oh, fuck. Ein Mist. Oh, Gott. Oh, Gott. Macht er doch. Mega Vorlage des Todes. Den Gegner. Muss man halt mal reindrehen hier. In so einen halblangen Winkel, während der sich gerade in die Falschrechnung bewegt. Ach, komm. Ich dachte, du spielst mir so einen. Jetzt aber. Meine Güte, da muss ich ganz schön rumfitzeln. Der wäre schon fast reingegangen. So nach hinten reingedreht. Aber da war noch einer da. Da muss ich den nochmal reinballern. Meine Güte. Oh, I got it. Okay. Oh. Ah, der Eder rangeht. Oh, shit. Ach, shit. Das ist doch mein Fehler. Ah, den hätte ich nicht mehr anboosten dürfen, nachdem er vorbeigesprungen ist. Das war definitiv mein Fehler. Junge! Jawohl. Schon wieder so ein Ding, ey, den ich halt so irgendwie komisch vorgelegt habe. Ich habe nur noch rumgequetscht, aber... Also, das ist eher eine Vorlage draus geworden als irgendwas anderes. Oh, nice shot. Ich kann mir ja nicht Zeit lassen. Oh, fuck. Jetzt habe ich mich weggezogen. Ich voll trottel. Ich voll trottel. Ich habe weggezogen. Und er steht nicht mehr ansatzweise bereit, um irgendwas zu verteidigen. Warum boostest du rein? Ach, du dreht und dann viel zu weit. Um die lange Ecke zu verteidigen. Oh, man. Wir verarmen gerade richtig. Ah, fuck, ey. Erst 3-0 geführt, jetzt steht es 3-3. Ah, fuck. Och, nö. Das muss ich erst mal hinkriegen. Äh, kommt genau zu hoch. Aber genau richtig für mich. Genau richtig für mich. Thanks. Aber der hat ihn schön dort nochmal reinge... Genau. Sozusagen. Contested, dass sie ihn nicht richtig durchfallen lassen können. Oh, er lenkt die nochmal ab. Gut, damit haben wir 2 von 3 gewonnen. Wir sehen aber sogar fast gleich aus. Sehr gut. Wir sehen fast gleich aus. Das war's dann heute wieder fürs Daily Ranking. Ich bin wieder MVP geworden. Das ist doch mal schön. Und die 2 haben sogar deutlich mehr Glück gebracht heute. Wie gesagt, ich muss mich da nur besser konzentrieren. Und dann läuft das auch. Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen.